Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgefragt. Heute zu dem Thema weit weg vom Bett. Wie viel Akademisierung verträgt die Pflege? Bei mir ist Dr. Jörner Feuchtinger. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie ist promoviert in Pflegewissenschaften und das schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Und hier am Universitätsklinikum Freiburg ist sie für Qualitäts-, Entwicklungs- und Forschungsprojekte in der Pflege zuständig. Frau Dr. Feuchtinger, wann waren Sie denn das letzte Mal am Bett? Ja, justament komme ich gerade vom Bett, Herr Waschow. Ich habe eine Patientin besucht in der Thoraxchirurgie mit Problematiken, Ernährung, Darmausgang, also Stomata, schwierige Situation und da komme ich gerade her. Also ich bin bei Patientinnen und Patienten in den Zimmern tätig. Tatsächlich. An den Kliniken in Deutschland fehlen Tausende von Pflegekräften am Bett. Ist es da nicht der falsche Weg, in der jetzigen Situation die Akademisierung in der Pflege voranzutreiben? Brauchen wir nicht jetzt Männer und Frauen, die wirklich am Bett die Pflege am Patienten verrichten, anstatt sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen? Primär bilden wir aus für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Jetzt, wenn wir das Krankenhaus sehen, natürlich draußen, zu Hause. Wir wissen, Pflegeheime haben große Probleme. Dafür bilden wir aus, dafür akademisieren wir und mittlerweile ist es ein wichtiger Strang in der Personalgewinnung. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn wir alle diese Leute nicht hätten und die woanders wären, dann hätten wir ein großes Loch. Welche Aufgaben übernehmen denn Pflegekräfte mit dem Hochschulabschluss? Okay, also wenn wir starten, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, ich mache meinen Bachelorabschluss, dann ist die erste, sag ich mal die ersten ein bis zwei Jahre Praxis. Nur Praxis, Sicherheit gewinnen, kompetenter werden und dann liegt es an der Leitung und der betreffenden Person sukzessive zusätzliche Verantwortungen zu übernehmen. Also wir sprechen hier von Karriere wegen unterschiedlichster Art, haben natürlich da einiges im Angebot. Wir haben pflegefachliche Leitungen, wir haben Spezialisierung, sprich zum Beispiel Versorgung von älteren Menschen, die delirgefährdet sind etc. oder auch sich im Wundmanagement in der Dekubitusprophylaxe mehr zu engagieren. Da gibt es sehr viel, das wird auch gern genommen. Und wir haben natürlich auch jene, die sagen, lasst mich erstmal in Ruhe. Familie, Kinder ist mein nächster Fokus. Da muss man tatsächlich sehr individuell arbeiten. Das sind die Bachelors. Wenn die weitergehen zum Master, dann kommt mehr Verantwortung auf sie zu. Dann sprechen wir auch von Forschung, dann sprechen wir von pflegefachlicher Verantwortung in den Bereichen. Heißt aber immer noch, jetzt sag ich mal, Richtwert mindestens 50 Prozent in der direkten Versorgung. Gibt es denn für die Masterabsolventinnen genügend Plätze? Das sind ja neue Stellen, die gab es früher ja so gar nicht. Das ist wahr. Wir haben unsere erste Stelle 1994 geschaffen im Universitätsklinikum Freiburg. Damit sind wir immer noch ein Leuchtturm in Deutschland. Da sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir das weiterentwickeln konnten. Das war super. Die Stellen gibt es, weil die Stellen sich ergeben aus dem Ressourcengewinn, den wir durch eine andere Patientinnenversorgung haben. Wir haben weniger Risiken bei den Patientinnen und Patienten, die zu Problemen führen, damit weniger Ausgaben. Wir können Prozesse anders gestalten. Das heißt, die Aufenthalte effektiver halten. Ich will jetzt immer von kürzer sprechen, aber effektiv nutzen und das alles unzufriedene Mitarbeitende. Und das alles ist letztendlich ein Gewinn der Organisation, den man da wieder weiter investieren kann. Gut. Es gibt schon fast einen traditionellen Konflikt, Kluft zwischen Medizin und Pflege. Das hat sich in den letzten Jahren etwas entschärft, aber langsam. Spalten Sie die Pflege jetzt nicht auch nochmal in zwei Gruppen durch die Akademisierung? Die einen haben die klassische Ausbildung, die anderen sind akademisiert. Ja, also hier am Universitätsklinikum Freiburg haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit von Medizin und Pflege und auch anderen Berufsgruppen. Aber bei Medizin und Pflege fällt es richtig auf. Und das hat zu tun mit der Akademisierung, weil Mediziner von Beginn an trainiert werden, wissenschaftlich zu denken, begründet zu denken, kritisch zu denken und die Pflege das in der normalen Ausbildung in dem Maß nicht lernt. Das lernen wir in der Hochschulqualifizierung. Und die Kommunikation ist eine andere geworden. Wir arbeiten auf Augenhöhe. Wir sind respektiert. Wir leiten Forschungsprojekte interprofessionell, interdisziplinär mit Medizinern, die gerne mit uns forschen. Ja, win-win an allen Ecken und Enden. Aber hätte es denn das dann gebraucht? Denn wie Sie sagen, es gibt ja die Medizin, die sich wissenschaftlich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt, Pflege, Behandlung und so weiter. Und jetzt kommt nochmal eine Gruppe, die sich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Das war ja keine Lehrstelle eigentlich. Doch, es war eine Lehrstelle, weil Medizin natürlich einen anderen Fokus hat und haben muss. In der Medizin geht es um Diagnostik und Therapie, inklusive medikamentöser Therapie. Das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist der Mensch in seiner Lebenswelt mit seiner Situation. Das mag hier bei uns vordergründig die Erkrankung sein, aber nichtsdestotrotz sehen wir auch die Angehörigen. Wir sehen, was sind Probleme in der Mobilität, in der Eigenständigkeit, in der Orientierung. Das waren Themen, die in den letzten Jahrzehnten von der Medizin gar nicht abgedeckt werden konnten. Und da ergänzen wir uns für. Also man kann immer nur sagen, profitieren letztendlich, tun Patientinnen und Patienten und Angehörige. Nennen Sie mal zwei konkrete Beispiele aus Freiburg, aus dem wissenschaftlichen Bereich der Pflege. Also wir haben aktuell, nenne ich jetzt gerade zwei große Projekte. Einmal das Pflegepraxiszentrum Freiburg vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, wo es darum geht, digitale Techniken und Hilfsmittel, die für Patientinnen und Pflegende einen Vorteil bieten, in der Praxis zu testen, Studien dazu zu machen. Das ist das eine, über fünf Jahre auch hochgefördert und jetzt ganz aktuell ist angelaufen das Projekt KIDELIER – Künstliche Intelligenz zur Delir-Prädiktion bei Patientinnen und Patienten zur Entlastung der Pflegepraxis. Über drei Jahre gefördert mit etwas über zwei Millionen Euro, auch wieder interprofessionell angelegt, Unterführung der Pflege hier im Universitätsklinikum Freiburg. Und es sind jetzt wirklich nur zwei, ich könnte noch mehr nennen. Wie hoch sollte die Akademisierungsquote eines Ausbildungsjahrgangs in der Pflege sein? Naja, der Wissenschaftsrat sagt 20 Prozent. Das ist schon eine alte Empfehlung, aber bis wir 20 Prozent erreichen, Herr Waschow, da sind wir noch Jahre beschäftigt. Wir sind in Deutschland im Moment um die zwei Prozent, das ist eine Erhebung vom vorletzten Jahr, 20, genau. Freiburg hier im Universitätsklinikum, wir sind um die fünf Prozent Pflegende in der direkten Versorgung. Also ich spreche nicht von Pflegedienstleitungen, sondern wirklich in der direkten Patientinnenversorgung. Wir haben Häuser in Deutschland, die sprechen jetzt von zehn Prozent, kleinere Häuser, die da auch ganz viel Push machen können, aber wir werden noch brauchen. 20 Prozent wäre super. Die USA sagt 80 Prozent. Also wenn wir mal 20 Prozent erreichen, dann haben wir einen guten Stand. Aber in den USA haben die Pflegekräfte auch andere Aufgaben, eine andere Verantwortung. Die haben noch mal andere Verantwortungen. Das stimmt, da haben sie recht. Dort werden auch medizinische Aufgaben übernommen. Das liegt einfach an deren Organisation, mit Belegärzten gerade in den Krankenhäusern und auch mit den Anlaufstellen, die niedrigschwellig sein müssen, weil natürlich das Versicherungswesen auch ein ganz anderes ist. Da sind wir Gott sei Dank besser versorgt. Aber 20 Prozent wäre für uns super. Vor welchen Herausforderungen steht denn die, Sie haben es schon angesprochen, die Akademisierung in Deutschland noch? Also wo muss die Reise hingehen? Beispielsweise auch die Sache mit der Bezahlung. Auszubildende kriegen eine Ausbildungsvergütung, Studierende ja nicht. Also ich hoffe sehr, dass der Gesetzgeber da in den nächsten Jahren nachbessert. Das Problem ist ja erkannt und es hat ja jetzt auch bei der Hebammenwissenschaft eine komplett andere Lösung gegeben. Also da gibt es auch Ausbildungsvergütung und da muss für die Pflege nachjustiert werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch passieren wird in dieser Legislaturperiode, hoffe ich noch. Hängt das nur an der Bezahlung oder was gibt es noch für Herausforderungen, warum das nicht vorangeht? Also teilweise können ja die Studienplätze auch nicht belegt werden. Also es ist natürlich so, dass Pflege gesetzlich festgelegt auch ein Ausbildungsberuf ist. Das heißt, ich kann für mich entscheiden, was ich will. Ich kann an eine Hochschule gehen, ich kann die Ausbildung machen. Ja und viele sagen halt, ja gut, Ausbildung. Natürlich ist der Zugang auch ein anderer. Ich brauche eine mittlere Reife und kann damit in die Pflege gehen. Das ist super so. Für eine Hochschulausbildung brauche ich nun mal ein Abitur oder Fachabitur. Das ist eine Hürde. Gut, wir brauchen auch eine große Zahl von Menschen in der Pflege. Von daher ist es gut, dass wir beides haben. Und trotzdem müssen wir in den Ausbildungen schon auch schauen, dass wir pushen, auch in den Schulen pushen, uns wirklich bekannt machen. Von daher ist so ein YouTube-Video natürlich super. uns bekannt machen, auch zu dem, was machen wir, wie geht das. Das müssen wir nutzen. Und auch selber, ich sehe es immer bei, jetzt für heute auch bei Angehörigen oder Besuchern, die dann schon hinschauen, aha, Frau Doktor aus der Pflege, so. Alle diese kleinen Elemente, die Öffentlichkeitsarbeit machen, müssen wir da machen. Ja, also es ist gut, so wie es im Moment ist. Mehr wäre besser, aber ja, ist halt ein langer Weg. Frau Doktor Feuchtinger, ich danke Ihnen. Ihnen danke ich fürs Zuhören, zu sehen und durchhalten und bis demnächst.